Rolf Pohl ist ein in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, immer noch mehr gefragter Soziologe und Sozialpsychologe von der Leibniz-Universität Hannover, der im Zuge der immer deutlicher und krasser zutagetretenden sogenannten Krise der Männlichkeit sehr gefragt ist. Also ob es um Selbstmordattentate geht oder School Shootings, zu Toxic Mascuality, Incels oder Pickup Artists, den sogenannten, viel aber auch zu sexueller Gewalt in den verschiedensten Kontexten, in den letzten Jahren zum Beispiel im Rahmen der Aufarbeitung sexueller Gewalt an Kindern, in Familien, aber auch in pädagogischen Institutionen, da waren gefragte Experten. Zu Folter und Geschlecht, da erinnere ich mich besonders an seine Beiträge zur Debatte um diese Abu Ghraib, um diesen Folterskandal und darin die Rolle von Lindy England. Und generell zu Fragen von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, der Massenpsychologie des Rechtspopulismus und von NS-Täterschaft, wozu wir heute was führen werden. Denn um diese Arbeiten, um diese Themen drehen sich seine Arbeiten, die systematisch in der psychoanalytischen Sozialpsychologie und der politischen Psychologie in Anschluss an Peter Brückner, der seinem akademischen Lehrer, verortet sind. Rolf Pohl ist wirklich ein, wenn ich das so sagen kann, ein Hannoveraner Urgestein. Er studierte dort in den 1970er Jahren Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie, promovierte in den 80er Jahren und habilitierte sich dann Ende der 90er Jahre mit einer Arbeit, die heute Standort der kritischen Männlichkeitsforschung ist, nämlich dieses, werden wahrscheinlich auch viele kennen, dieses Feindbild Frau, Männliche Sexualität, Gewalt und des Weiblichen 2004 im Offizien Verlag erschienen. Und wer sich für eine sozialpsychologische Perspektive auf Männlichkeit interessiert, dem kann ich dieses Werk wirklich nur wärmstens empfehlen. Es finden sich darin sowohl theoretische Grundlagen arbeiten zur Konstitution des Männlichkeitsdilemmas wie auch die Analyse konkreter Inszenierung von Männlichkeit. Und nicht zuletzt entwickelt Rolf in diesem Buch seine Konzeptualisierung der paranoiden Abwehrkampfhandlung in Anlehnung an Reim Shaiten, einen amerikanischen Psychiater, der diesen Begriff im Zusammenhang der Arbeit mit traumatisierten Vietnam-Veteranen verwendet hat. Und Rolf Pohl macht daraus aber viel mehr. Er analysiert mittels dieses Begriffs ein bestimmtes Moment männlichen Konfliktverhaltens. Dann möchte ich vielleicht noch sagen, dass er bis 2017 als Professor Sozialpsychologie am Institut für Soziologie an der Uni Hannover tätig war, wo sich in seinen Seminaren und besonders wurde mir gegenüber von seinen SchülerInnen, also ich habe die Freude mit einigen davon, etwa mit Markus Bruner, Jan Loth oder Sebastian Winter, viel zusammenzuarbeiten und ganz besonders prägend heben die immer hervor, muss dieses metapsychologische Kolloquium gewesen sein. Da muss es sehr abgegangen sein. Das wird immer wieder erwähnt. Und ich erwähne das, weil ich sagen wollte, dass sich sozusagen in seinen Seminaren eine Community gebildet hat, die sich dann Anfang der 2000er gegen die Abwicklung zunächst der international sehr renommierten Geschlechterforschung an der Uni, vertreten durch Regina Becker-Schmidt und Gudrun Akle-Knapp und dann eben auch der politischen Psychologie, vor allem vertreten von Rolf Pohl, in der Hannoveraner Soziologie zur Wehr setzten. Und so hat sich eine sehr aktive Arbeitsgemeinschaft gegründet, die Arbeitsgemeinschaft politische Psychologie, einen Zusammenschluss von SozialwissenschaftlerInnen eben der Leibniz-Uni Hannover, auch der Hochschule Hannover, in weiterer Hochschulen und Institutionen in dem deutschsprachigen Raum. Und da wird dann angeknüpft an Traditionslinien der politischen Psychologie, wie sie in Hannover entwickelt worden sind. Und die werden dann unter aktuellen theoretischen, methodischen Prämissen fortgeführt und in neue Arbeitsfelder eingebracht. Diese AG hat sich quasi um Rolf Pohl herum gegründet und ist seither ein ganz lebendiger Arbeits- und Diskussionszusammenhang. Und es zeichnet ihn also Rolf darin aus, wie sehr er als Hochschullehrer eine Generation Hannoveraner Sozialpsychologiestudierenden geprägt hat und ihn seine kritische immer auch bewegungsnah, daher ist er sicher auch als Brückner-Schüler erkennbar, als eine bewegungsnahe und bewegliche Art des Denkens, des Forschens und der Beschäftigung mit den eingangs genannten Gegenständen und Theorien vermittelte, sowohl in Curricularen wie eben auch durch die fehlenden Außerkurricularen Aktivitäten und Veranstaltungen, die schließlich auf Augenhöhe in der AG politische Psychologie ihren institutionellen Rahmen fand. So, und heute hören wir in dieser tollen Vortragsreihe über Erinnern als höchste Form des Vergessens von Rolf Pohl einen Vortrag über Normalität und Massenmord zur Sozialpsychologie der NS-Täterinnenschaft. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf deinen Vortrag, Rolf. Ja, hallo. Bin ich zu hören? Bin ich. Ja, super. Ja, vielen Dank für die total netten Worte, Julia. Ich bin fast unter den Tisch gerutscht, aber habe mich wirklich sehr gefreut und freue mich auch über die Einladung. Vielen Dank nochmal und würde sagen, dass ich jetzt auch anfange, weil es ja auch ein bisschen dauert dann. Und ich probiere das jetzt mal, ob das mit den Folien klappt und ziehe jetzt mal meine Folien rein. Ist zu sehen, ja? Kamera ist noch raus. Kamera ist aus? Folien sind zu sehen. Ah ja, jetzt sehe ich es. Okay, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, super. Prima. Okay, dann fange ich jetzt einfach an. Ja? Also das Thema heißt Normalität und Massenmord zur Sozialpsychologie der NS-Täterinnenschaft. Im Rahmen ihrer Reihe auf dem ersten Bild, auf der ersten Folie sehen Sie, vor einigen Jahren sind ja aufgetaucht, Bilder von Karl-Friedrich Höcker, der hat Fotoalben gemacht, in der sogenannten Solarhütte. Das ist ein Erholungsort für SS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KZ in Auschwitz. Und da sind so Freizeitbilder aufgetaucht. Das fand ich wirklich sehr spannend und interessant, sind die auch gerade so nicht wie belustigt und wie nett die Atmosphäre ist und wie normal die Täter dabei aussehen. Anfangen werde ich mit einer Vorbemerkung zu dem Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem und dem, das ist ja auch im Ankündigungstext deutlich, der Hinweis in dem berühmten Bericht über den Prozess von Hannah Arendt. Hannah Arendt hat 1964 betont, dass jeder sehen konnte, Zitat, dass dieser Mann kein Ungeheuer war. Aber, so fährt sie fort, es war in der Tat sehr schwierig, sich des Verdachts zu erwehren, dass man es mit einem Hanswurst zu tun hat. Und ganz ähnlich wie in der Beschreibung Hitlers durch Theodor W. Adorno als eine, Zitat, Mischung aus King Kong und Vorstadtfriseur, weist Hannah Arendt bei Eichmann auf das offenkundige Dilemma zwischen dem namenlosen Entsetzen vor seinen Taten und der unbestreitbaren Lächerlichkeit des Mannes, der sie begangen hatte. Anne Arendt zieht daraus einen Schluss, der im Blick auf die Täterinnen in der jüngeren Geschichtswissenschaft weitgehend Konsens ist. Nämlich, Zitat, diese Mörder waren keine gemeinen Verbrecher, sie waren auch nicht geborene Sadisten oder sonst pervertiert, man hatte es also mit normalen Menschen zu tun. Auch Robert J. Lifton bestätigt in seiner profunden Studie Ärzte im Dritten Reich die These von der Normalität und der Durchschnittlichkeit der Täter am Beispiel der NS-Mediziner. Sie waren weder brillant noch dumm, weder von Geburt aus böse, noch in moralischer Hinsicht besonders sensibel. Sie waren also keineswegs die dämonischen Figuren, sadistisch, fanatisch und mordgierig, für die sie oft genug gehalten worden waren. Die Auseinandersetzung mit dem hier erkennbaren Normalitätsbegriff, eigentlich ein Normalitätsparadigma, in der Täterforschung steht im Mittelpunkt meines Vortrags. Dazu einführen zwei kleine Anmerkungen. Auffällig ist zunächst, dass hier der in der Regel mit Durchschnittlichkeit gleichgesetzte Begriff Normalität ebenso wenig definiert wird, wie der zur klaren Abgrenzung immer wieder bemühte Begriff der Pathologie. Außerdem, zweite Bemerkung, reicht meines Erachtens, das inzwischen inflationär verwendete, aber nicht weiter hinterfragte Etikett Normal, nicht aus, um die in Hannah Arendts viel diskutierter These von der Banalität des Bösen, sprachlich verdichtete Kluft zwischen der Monströsität der Taten und der vergleichsweise banal wirkenden Durchschnittlichkeit der Täter und Täterinnen zu erklären. Wie also lässt sich diese Kluft zumindest annäherungsweise begreifen und welche Rolle spielt der Normalitätsbegriff dabei? Wenn angeblich absolute Durchschnittsmenschen die schlimmsten Menschheitsverbrechen begehen können, muss das Problem in ihrer psychosozialen Genese und damit ihrer Transformation zum Massenmörder, Massenmörderin, sowie den dieser Entwicklung fördernden oder sogar einfordernden gesellschaftlichen, politischen und militärischen Bedingungen. Das hatte auch Hannah Arendt im Auge, wenn sie den unbegrenzten Verfügungsanspruch totalitärer Herrscher für die Errichtung des terroristischen Systems der Lager und die vermeintliche Banalität des Bösen verantwortlich machte. Ein genauer Blick darauf lässt aber erhebliche Zweifel aufkommen, ob diese miteinander verzahnte Gesamtentwicklung noch als vollkommen normal bezeichnet werden kann. Für den Diskurstheoretiker Jürgen Link ist die fast normative Verwendung der Zuschreibung Normalität ein wuchernder Komplex, der Zitat hartnäckig im toten Winkel der theoretischen Reflexion verharrt, als ob es entweder überflüssig oder riskant wäre, explizit die Frage zu stellen, wie definieren sie eigentlich ihren Grundbegriff Normalität, ohne den ihre Argumentation auf der Stelle kollabieren würde. Den Ausgangspunkt meiner kritischen Überlegung bildet ein weiteres Zitat von Jürgen Link, mit dem er die pauschale und universelle Verwendung des Begriffs Normalität problematisiert. Vor dem Hintergrund der üblichen Rede von der schrecklichen Normalität des industriell durchgeführten und bürokratisch geregelten Massenmords an den europäischen Juden wirft Link das Problem einer absoluten Normalitätsgrenze auf. Kann etwas schlechthin alles, auch der Tod, auch der Terror, auch das Grauen, auch der Genozid, dadurch normalisiert erscheinen, dass es partiell und sektoriell normal funktioniert? Das bringt uns zu den Hauptfragen meines Vortrags. Wie war und ist es möglich, als halbwegs normalen, gewöhnlichen und dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprechenden scheinbar harmlosen Menschen, grausame Massenmörder und Massenmörderinnen sowie, und das sollte nicht benachlässigt werden, an den Verbrechen mitschuldige MittäterInnen, ZuschauerInnen und Klaköre zu machen, um eine zentrale Frage aus sozialpsychologischer Perspektive, welche psychischen Antriebskräfte bestimmten dabei ihr Handeln? Diesen Fragen werde ich mich in zwei Schritten annähern, wobei hier aus Zeitgrund natürlich nur ein Skizzen nach der Überblick möglich ist. Erstens werde ich streiflichtartig die Durchsetzung und die Bedeutung des Normalitätsparadikums noch mal rekonstruieren, also ein kurzer Einblick in die Geschichte der Mestheter-Forschung. Zweitens werde ich dann zumindest in Andeutung die Umrisse eines eigenen Erklärungsansatzes sozialpsychologischer Art zur Mestheterschaft im Zeichen eines kollektiven paranoiden Wahns skizzieren. Ausgangspunkt ist dabei eine Kritik des meines Erachtens falschen Gegensatzes von normal und pathologisch. Damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Der Durchsetzung und Bedeutung des Normalitätsparadigmas in der Täterforschung. Angelehnt an die Überblicksdarstellungen des Historikers Gerhard Paul lassen sich die Entwicklungslinien des öffentlichen und wissenschaftlichen Blicks auf die NS-Täter in drei große, sich überlagernde Phasen einteilen. Die erste Phase erstreckte sich bis ca. Anfang der 1960er Jahre und war vor allem durch einen dämonisierenden und pathologisierenden Blick auf die Täter gekennzeichnet. Als verbrecherisch und damit als schuldig galten einige wenige Angehörige der NS-Führungselite Hitler, Himmler, Heinrich, Göring, Goebbels usw. die Gestapo und die SS, die, so der Historiker Paul, als Hort des Abnormen diabolisiert und damit aus der normalen deutschen Gesellschaft hinaus interpretiert wurden. Die Aufspaltung der nationalsozialistischen und damit der eigenen Vergangenheit in eine Sphäre des Verbrechens und eine Sphäre der Normalität diente in erster Linie der in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft vorherrschenden Schuldabwehrenden und damit selbst entlastenden Distanzgewinnung nach dem allseits verbreiteten Motto Hitler war an allem schuld. Das Täterbild der Zweiten ungefähr vom Beginn der 1960er bis Ende der 1980er Jahre und teilweise darüber hinaus reichenden Phase war stark von einer Geschichtswissenschaft einer die Geschichtswissenschaft lange Zeit bestimmenden funktionalistisch strukturalistischen Sicht die eng mit einer starken Tendenz zur Entpersonalisierung des Geschehens verbunden war. Der pathologische Mörder machte nun dem interesselosen und kalt distanzierten bürokratischen Vollstrecker Platz. Bereits in dieser Phase erfolgte eine allmähliche Annäherung an die Normalitätsthese der in den 1990er Jahren folgenden Täterforschung. In den einschlägigen geschichtswissenschaftlichen und soziologischen Untersuchungen bestand weitgehend Konsens darüber, dass es bei der überwiegenden Zahl der Täter der Anschein von einer psychologischen Grunde wenig rätselhaften Normalität und profaner Durchschnittlichkeit gepaart mit einer gewissen Härte sowie einer emotionalen und moralischen Gleichgültigkeit vorgeherrscht habe. In manchen Beschreibungen, so unter anderem die von Sigmund Baumann, gelten die NS-Täter als dienstbeflissene Prototypen des modernen Menschen, rational, effizient, flexibel und wenn erforderlich auch skrupellos. Individuelle Besonderheiten und irrationale Persönlichkeitsanteile treten in dieser Sicht hinter der These von der Übernahme sozialer Rollenfunktionen nahezu vollständig zurück. Aber auch der Einfluss antisemitischer Ressentiments und destruktiver Hassbereitschaften als regulative Handlungsmotivation ist damit fast vollständig aus dem Blick geraten. Der Funktionalismus hatte in der Täterforschung gewissermaßen gegen den, so wurde es damals immer genannt, dieser Gegensatz, gegen den Intentionalismus gesiegt. Diese in der immer wieder bemühten Zuschreibung einer eiskalten Sachlichkeit des Tötens verdichtetes Täterbild ließ sich gut mit der Theorie der Rationalität bürokratisch-industrieller Funktionsabläufe im Zentrum der den Holocaust-bestimmenden Logik der Vernichtung vereinbaren und wurde insbesondere als Prototyp an der Person Aleph Eichmanns und dem Auftreten in seinem Prozess in Jerusalem festgenommen. Dieser Ansatz war in der Zeitgeschichtsforschung lange Zeit tonangebend gewesen und zu deren Schlüsselbegriffen ernancierte die von Hannah Arendt bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendeten Bezeichnungen Todesfabriken für die Konzentrationslager und Verwaltungsmassenmord für die gesamte Shoah. In den Mittelpunkt rückte dabei ein Vergleich von Auschwitz mit einem modernen Fabriksystem. Ein Vergleich, der aber meines Erachtens den Unterschied zwischen der industriellen Herstellung mehr oder weniger nützlicher waren und der Ausrottung von Menschen leichtfertig beiseite schieben und die inhumane Monstrosität der Taten verschleiert. Die NS-Täter gelten nach diesem instrumentalistischen Ansatz nicht als grausame Exekutoren eines staatlich gelenkten Terrors, zu dessen Grundfesten der Minoritäten Mord gehört, sondern lediglich als Beflissener und den Zielen ihrer zweckrationalen Tätigkeiten weitgehend indifferent gegenüberstehende bloße ausführende Organe, gleichsam als affektlose und rational beziehungsweise kognitiv gesteuerte ein Begriff von Harald Welzer Sozialingenieure des Tötens. Also ein Begriff in Anlehnung an Sigmund Baumann über Rudolf Höst, den Lagerkommandanten von Auschwitz, der in den Augen von Welzer Zitat industrielle und bürokratische Funktionsabläufe mit wissenschaftlich fundierter und geschmeidig angepasster Menschenbehandlung zu kombinieren sind. Das werde ich nicht kommentieren. Der Holocaust wird nach dieser problematischen, aus der vermeintlich wissenschaftlich angeleitete Binnenperspektive der Täter vorgenommenen Sichtweise auf einen rein technischen Vorgang reduziert, dessen kalte Rationalität und Effizienz als ein Produkt des industriellen Modernisierungsprozesses gesehen wird. Gegen diese Gleichsetzung von Zweckrationalität und Normalität in vielen Ansätzen zur NS-Forschung lässt sich mit Adorno von 1962 kritisch anmerken, Zitat, die Überzeugung, Rationalität sei das Normale, ist falsch. Unter dem Bann der zähen Irrationalität des Ganzen ist normal auch die Irrationalität des Menschen. Sie und die Zweckrationalität ihres praktischen Handelns klaffen weit auseinander, aber Irrationalität ist stets auf dem Sprung, auch diese Zweckrationalität im politischen Verhalten zu überfluten. Das bedeutet für mich, die Rede über die vollständige Emotionslosigkeit nur dem rationalen Kalkül unterworfener Fachleute des Totens ist verkürzt. Ohne die Mobilisierung von Irrationalität, von Hass, Zerstörungslust und der Hoffnung zumindest auf narzisstischen Gewinn können, so meine feste Überzeugung, keine Tötungen und vor allem keine Massenmorde zustande kommen. Das Morden, so meine zentrale These, geschah im Zeichen einer undefinierten Normalität, in die der Wahnsinn eingelagert war und gerade deshalb den Eindruck einer eiskalten Sachlichkeit des Tötens annehmen konnte. Die einzelnen Täter und Täterinnen schienen dabei halbwegs normal geblieben zu sein, aber wie normal waren sie und die Verhältnisse, die sie hier vorgebracht haben, wirklich? In den modernen Bildern der nationalsozialistischen Täter als effiziente, effektlose Erfüllungsgehilfen, bürokratisch geregelter Massenvernichtung verdoppelt sich meines Erachtens das gesellschaftliche Verschwinden der Subjekte, ihre Effektlagen und ihre irrationalen Bewegungen. Ein hartnäckiger Verzicht auf eine systematische Einbeziehung dieser Subjektdimension unterliegt immer der Gefahr von Rechtfertigung und Entlastung der Täter und kann ungewollt in das Fahrwasser nachträglicher Entschuldung durch Verharmlosung der Täter als bloße Befehlsempfänger oder eilfertige Bürokraten waren. Damit komme ich zur dritten Phase. Die dritte im Grunde seit Beginn der 90er Jahre bis heute andauernde Phase der Täterdiskussion ist durch eine Wiederentdeckung der Subjektiven und vor allem der systematischen Erforschung der biografischen Seite des Täterhandelns gekennzeichnet. Mit ihr wurde aber gleichzeitig in der zweiten Phase bereits begonnene Hinwendung zu einer exklusiven, also ausschließenden Betonung der vorgeblichen Normalität der Täter abgeschlossen. Eingeleitet wurde diese Entwicklung insbesondere durch Christopher Brownings Untersuchung des Reservepolizeibataillons 101 von 1993 durch Goldhagens, das ist die Gegenposition sozusagen, heftige Kontroversen ausgelöste Studie Hitlers willige Vollstrecker sowie die ebenfalls 96, sowie die ebenfalls heftig und emotional aufgeladen diskutierte Wehrmachtsausstellung ab 1995. Mit dieser Rückgewinnung des Subjekts wurde, so noch einmal Gerhard Powell, das bisherige Paradigma vom bürokratischen, anonymen und industriellen Prozess von den Tätern, die den Massenmord innerlich nicht bejahten oder ihm neutral gegenüberstanden, überwunden, damit aber auch die endgültige Durchsetzung eines unhinterfragten Normalitätsparadigmas in der NS-Täterforschung besiegelt. Das heißt, weder interesselosen Erfüllungsgehilfen noch pathologische Monster oder gar fanatische Judenhasser, sondern ganz gewöhnliche Deutsche, die als eigenständige Akteure des Vernichtungsprozesses unter Gruppendruck, Chorgeist, Alkoholexzessen und anderen situativen Bedingungen in einem Dumpfen durch die brutalisierende Wirkung des Krieges verschärften Klima der Gewalt standen, gelten nun als Prototypen der ansonsten voll normalen NS-Lieb. Mit diesem Perspektivwechsel ging eine verstärkte Hinwendung zu einzelnen Tätern, Tätergruppen, Tatkomplexen und Einsatzgebieten einher, die einerseits zu wichtigen Erkenntnissen, zu weiteren Differenzierungen des Täterbildes und zu zahlreichen profunden Einzel- oder Gruppenstudien geführt haben. Ich würde jetzt gerne einen Exkurs kurz auf die Täterinnen Forschung machen, bin aber nicht sicher, ob ich das halbgründig weglassen soll. Ich mache es mal, wir gucken mal hinterher, wie weit ich kann. Besonders verdienstvoll ist hier die Erweiterung der Forschung durch einen differenzierteren Blick auf Frauen als Täterinnen. Allzu lange wurde die Verstrickung von Frauen in das NS-Unrechtssystem und die direkte Beteiligung an den Verbrechen ignoriert oder marginalisiert und allerhöchstens als pathologisch- sadistische Ausnahmen dämonisiert. Wie etwa Irma Gräse, die als sogenannte SS-Megere vom Bergen Welsen Frauen folterte und tötete. Oder Ilse Koch, die Hexe vom Buchenwald, wie so. Lange wucherte in der durch bestimmte Positionierungen von Teilen der Frauenbewegung und der Frauenforschung bestimmte Mythos, unangebend waren hier vor allem Gisela Bock und Margarete Mitscherlich, die Frauen im NS hätten allerhöchstens als Hausfrau und Mutter besondere Wertschätzung gefunden, seien aber grundsätzlich eher ein Opfer der extrem patriarchalen Verhältnisse im Nationalsozialismus gewesen. Inzwischen insbesondere ausgelöst durch die Befunde von Claudia Korns Mütter im Vaterland hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, Frauen wussten, belegten und unterstützten aktiv Verbrechen gegen die Menschlichkeit und es geschah weitgehend freiwillig. In geschattene Einsatzgruppen tippten sie als Truppenberichte über Massenexekutionen, lenken mordende Männer mit Hilfe von Alkohol und Späßen von ihrem Schäft ab, bei der Gestapo protokollierten die Folterverhöre, als Ärztinnen beteiligten sie sich am Menschenversuchen und wirkten aktiv an der Euthanasie. Frauen übernahmen bei Judendeportationen die körperlichen Durchsuchungen von Jüdinnen und waren als Aufseherinnen im Frauenkaziert Ravensbrück, wo 42, 43 auch ein Ausbildungslager für sie errichtet wurde. 3500 Frauen wurden hier geschult, um im Gefolge der SS Dienst zu tun, Opfer zu bewachen, zu quälen und zu töten. Das kann ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Ich verweise auf die beiden nach wie vor wichtigen einschlägigen Publikationen im deutschsprachigen Raum von Katrin Kompisch und Marita Kraus. Hallo, ich heiße Rolf. Wieso steht das da? Okay, ich hoffe, das sehen Sie jetzt nicht. Also ich sehe das jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie das da reinkommt. Natürlich ist in dieser Entdeckung die Tatsache nicht aus der Welt, dass der Nationalsozialismus und seine Verbrechen aus der Perspektive der Geschlechterforschung insgesamt eher ein männlich geprägtes Projekt ist. Was sich nicht nur allein an der vergleichbaren Zahlen der Tatbeteiligung, sondern auch und vor allem an der ambivalenten Rollenzuschreibung der Frau im NS, den Kernbegriffen der NS-Ideologie und der NS-Moral, nach Raphael Groß waren das insbesondere Ehre, Treue, Anstand, Kameradschaft und so weiter an maskulinen Führerkultur und anderen Bereichen des NS-Staates festmachen. Aber zum Thema Nationalsozialismus sind Geschlecht gibt es inzwischen eine passettenreiche und differenzierte Reforstung. Auf jeden Fall stellt sich auch bei den Täterinnen die Frage nach dem Geltungsbereich und der Grenze der aber auch bei ihnen erfolgten Normalitätszuschreibung. Da schreibt irgendeine Folien rein, kann das sein? Fotos lachender, flirtener, die Freizeit genießender NS-Helferinnen sind bekannt, wie etwa auf dieser und meiner ersten Folie exemplarisch an den Bildern Höckes aus dem SS-Erholungsheim Solarhütte bei Auschwitz erkennen ist. Sie wirken als normale junge Frauen, nicht als mordende Bestien, also Frauen, die aus Überzeugung am Mordprozess teilhatten, aber keineswegs als von Natur aus böse Psychopathinnen und damit entschuldigbar waren. Also auch hier wieder der ausschließend konstruierte Gegensatz, entweder bösartig, pathologisch, sadistisch oder eben voll normal. Gilt auch hier die Zuschreibung, so Laverne Welfram, stellvertretend in einem Aufsatz über weibliche Stresspersonal, ganz normale, ganz gewöhnliche deutsche Frauen aus der Mitte der Gesellschaft? Kann das bitte gelassen werden? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das ist wirklich einfach unhöflich. Was ist das denn? Okay, ich kann es machen. Sollen wir weitermachen oder unterbrechen? Wir haben da leider keinen Einfluss drauf. Wir können auch ohne die Präsentation weitermachen. Sehr gestade. Ich versuche es mal mit der nächsten Folie. Ja. Geht nicht weg. Das ist ja vollkommen krass. Die Option ist, dass einfach auf YouTube weiter gestreamt wird und alle anderen rausgeschmissen werden aus Zoom. Da sehe ich jetzt leider auch wirklich keine Alternative zu. Deswegen bitte einfach den Zoom verlassen und dann auf YouTube den Stream weitergucken. Und was heißt das jetzt für die Folien? Das klären wir noch im Moment. Ja. Sehr krass. Auch die Sterne in den Augen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das jetzt da macht von euch oder von Ihnen, finde das irgendwie unmöglich. Wir gehen alle kurz raus und wieder rein. Das ist eine gute Idee, finde ich. Also ich habe die Freigabe jetzt gestoppt. Soll ich vielleicht die Freigabe nochmal versuchen? Ja, sobald gleich wenn alle raus sind, dann nochmal. einen Moment. Okay, jetzt nochmal probieren. also jetzt, ich sehe die Folien jetzt. Sind die zu sehen? Ja, sollte jetzt funktionieren. Dann weiter jetzt. Soll ich einfach weitermachen? Ja, danke. Gut. ich finde das unmöglich. Dann sag doch euch was dazwischen oder melde dich, wenn die Diskussion kommt. Dann kann man doch, wenn man eine Kritik daran hat, dann kann man die dann äußern. Aber auf diese Art und Weise, das ist einfach infantilisch. mir leid. Ja, Entschuldigung für die Umstände. Ja, da könnt ihr ja nichts dafür. Jetzt habe ich einen kleinen Exkurs zu dem Zusammenhang von gesellschaftlichen Diskursen, die zurzeit bei uns geführt werden, diesem Normalitätsbegriff und der Veränderung in der Täterforschung. Der inflationären Rede von der Normalität der Täter und ihrer Durchsetzung korrespondiert ein gesellschaftlicher und politischer Nationaldiskurs in Deutschland, in dem der Begriff Normalität auf dem Zusammenhang mit nationaler Identität ähnlich inflationär verwendet und beschworen wird. Der seit der Deutschen Vereinigung 1989 verstärkt auftretende und auf die Evozierung positiver Nationalgefühle zielende deutsche Normalisierungsdiskurs läuft unter der Parole, endlich wieder ein normales Volk, eine normale Nation und eine normale Gesellschaft zu sein, auf eine vergangenheitspolitische Relativierung von Auschwitz, unter anderem durch eine Entkontextualisierung der NS-Verbrechen in Dienste einer neuen Qualität der Schuldabwehr hinaus. Da Auschwitz jetzt nicht mehr geleugnet werden kann und auch soll, liefern diese inflationär geführten Diskursen mit ihrer Beschwörung von Normalität ein begriffliches Instrument, um dessen offenkundig als Lähmung empfundenes Erbe loszuwerden. Die rückblickende Normalisierung der eigenen Geschichte. Aus dieser Perspektive erscheint, so Lars Rentsmann, selbst der Holocaust als Normalität, als üblicher Lauf der Dinge, der sich entgegen der historischen Faktizität scheinbar überall hätte ereignet. Und er wird in universelle Zusammenhänge, die den Völkermord auf dem Balkan berührt. Einmal relativiert und als Thema der vergleichenden Genozidforschung etabliert, lässt sich Auschwitz überall finden. In Vietnam, in Kambodscha, Ruanda, in Kosovo und so weiter. Worauf vor allem Harald Welser mit seiner Banalisierung der NS-Täter als beliebiger aller Welttypen, denen eine einzige Verschiebung ihrer äußeren und inneren Koordinaten des Moralsystems genügte, um ihre Mordtätigkeit rational selbst einen Sinn zu messen und außerdem den Anschein vollkommen normaler Arbeitsabläufe zu geben. Wird aber hier, und das ist ein kleiner Hinweis auf den zweiten Teil dieser Veranstaltungsreihe zum Thema Erinnern als höchste Form des Vergessens ab dem 2. März 2022, wird aber hier unter Bezug auf das gesellschaftliche und politische Normalisierungsbemühung in Deutschland der angedeutete Zusammenhang zwischen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskursen nicht mitreflektiert, besteht paradoxerweise gerade in der wissenschaftlichen Erinnerungsarbeit um eine These ebenfalls die Gefahr einer Reproduktion der den öffentlichen Diskurs bestimmenden schuldabwehrenden Entsorgung der NS-Vergangenheit mit undurchschauten projektiven Anteilen. Das lässt sich auch an Welsers umstrittenen Vorschlag von 2011 zur Zitat Modernisierung der Erinnerungs- und Gedenkenkultur im Zeichen eines positiven vom historischen Kontext von der Opferzentrierung vom Grauen und von jeglicher Moral abgekoppelten Event- und Spaßmanagements ablesen. Seine Kritik am monumentalisierten Grauen der Vernichtungslager in den Gedenkstätten gleicht übrigens signifikanterweise bis in den sprachlichen Duktus hinein Martin Weilsers Hassgeraden gegen die monumentalisierten Denkmäler unserer Schande und seine Kritik an der zur Pflichtübung verkommenen Verwendung von Auschwitz als Moralkorin. Hier sehen wir vor allem den medial attraktiven Ausdruck eines Zitat im Zeitgeist angepassten Schlussstrich Postulats, dessen aktuelle Variante wir kürzlich im Björnhockes Forderung einer 180-Grad-Wende im Vergangenheitsdiskurs vorgeführt bekommen haben, sowie in Gaulands Bezeichnung des Holocaust als Vogelschiss der deutschen Geschichte. Auch vor diesem Hintergrund und damit komme ich zurück zu meiner zentralen These ergeben sich erhebliche Zweifel an diesem immer wieder beschworenen Normalitätsbegriff in der NS-Forschung. Nach dem Normalitätsparadigma gelten die Täter und Täterinnen als unbeschädigte eigenständige Akteure des Vernichtungsprozesses, bei denen sich persönliche Intentionen, soziale Praxisformen und eine situative und sich eskalierende Gewaltdynamik verdichtet. Mit Ausnahme der immerhin zugestandenen maximal 5-10% an echten Pathologen und Sadisten bis innen auch bei den Täterinnen sei das durchgängige Persönlichkeitsbild der Täter eben vollkommen normal und deren Antriebskräfte daher nicht von mitgebrachten individuell psychologischen Dispositionen oder gab es Stimmen. Die Logik dieser Argumentation ist verblüffend. Gewalttätiges Handeln der Akteure begreifen Paul und Meilmann somit nicht individuell psychologisch sondern aus psychologischen Dispositionen und Motiven ableitbare Kraft sondern als eigenständigen situativen Sozialisationsfaktor als Kraft die fasziniert anzieht und die Beteiligten partiell und zeitweise verändert. Diese Feststellung macht künstlich einen exklusiv ausschließend verstandenen und damit falschen Gegensatz zwischen entweder psychisch durch frühkindliche Sozialisation determiniert oder durch situative Präge bestimmt auch. Als maßgeblich erscheinen in dieser Täterforschung im Zeichen des Normalitätsbegriffs nur die konkreten Handlungsfelder und die in ihnen gemachten Erfahrungen nicht aber eine individual biografische Untersuchungskerspektive. Das hier vermittelte Denken ist mit der Betonung dieser und ähnlicher Gegensätze stark dualistisch und schematisch geprägt. Intention oder Struktur Disposition oder Situation Normalität oder Pathologie Rational oder Irrational Ideologisch oder Ideologiefreit. Der Historiker Longerich hat dazu einmal Treffen angemerkt, Zitat Meines Erachtens sind wir in der Holocaustforschung an einen Punkt gelangen, an dem eine Strukturierung der Debatte in Form solcher Dichotomien nicht mehr sinnvoll ist. Ergänzend lässt sich auf den Historiker Saul Friedländer verweisen, der in seinen Forschungen zum Nationalsozialismus und zur Shoah immer wieder auf die Gleichzeitigkeit und die Wechselwirkung vollkommen heterogener Phänomene und Prozesse im NS-Hinweist. Missionischer Fanatismus und bürokratische Geflissenheit, pathologische Impulse und bürokratische Rationalität sowie archaische Einstellungen Nebennetzwerk Rationalität einer hochentwickelten Industriegesellschaft, banale Normalität und eine Monstrosität der Taten im bisher nichtbekannten Ausgangs. Diese Charakterisierung gehalten nicht nur strukturell, also für das politische System, die gesellschaftlichen Verhältnisse im NS- und den nationalsozialistischen Alltag, sondern eben auch für die Täterinnen und Täter selbst. Diese Differenzierung verschwindet aber in den unhinterfragten Gewissheiten des vorherrschenden Täterdiskurses. Als Begründung für diese Prioritätensetzung genügt alleine der Hinweis auf die zum Leitbild dieser konkret empirisch ausgerichteten Forschung gewonnenen Normalität der Täterinnen. Allerdings ist diese immer wieder beschworene und schlicht mit Durchschnittlichkeit gleichgesetzte vollkommene Normalität auch in der Geschichtswissenschaft nicht gänzlich unumstritten. So weiß etwa Lommerich in seiner Gesamtdarstellung der NS-Judenverfolgung nach, dass gerade das von Browning und Goldhagen in dem Mittelpunkt ihrer Untersuchungen gestellte Reservepolizeibataillon 101 aus Hamburg keineswegs den Durchschnitt ganz gewöhnlicher nur zufällig rekrutierter Deutscher ohne tiefere Affinität zum Nationalsozialismus und seiner rassistischen Ideologie repräsentiert haben. Brownings Ordinary Man also die gewöhnlichen Deutschen und Goldhagens Willing Executioner die Willigen Vollstrecker stellten sogar eher eine Minderheit dar. Und was den Einfluss der ideologischen Überzeugungen angeht, in dessen Mittelpunkt das antisemitische Ressentiment gegen die Juden steht, so lässt sich mit Saul Friedländer ergänzen, das Täterverhalten war auch nicht vorwiegend das Ergebnis einer ganzen Reihe normaler soziopsychologischer Verstärkungen, Zwänge und gruppendynamischer Prozesse, die von ideologischen Motivationen unabhängig gewesen wären, wie Christopher Browning meinte. Die vorherrschende NS-Täterforschung sieht jetzt zwar auch den Antisemitismus, Browning in seinem Vorwort, aber kommt später nie wieder darauf zurück, kann ihn und seinen Einfluss auf die Tätermotivation aber nur konkretistisch als feststellbare politische Einstellung und Haltung einzelner Täter fassen. Da aber eine direkte Kausalbeziehung zwischen antisemitischem Fanatisierung und Verbrechen, so noch einmal Gerhard Paul, Zitat, nur in Ausnahmefällen wirklich nachweisbar sei, müsse die Forschung sich weiterhin verstärkt mit den konkreten Taten, den situativen Arrangements des Tatumfeldes und den individuellen Tatmotiven jenseits, wie auch immer gearteten antisemitischen Motivationen gibt. Dies ist, wie ich finde, höchst problematisch. Denn hier wird erstens der Einfluss und die Wirkungsweise des Antisemitismus verkannt. Zweitens reicht der Begriff der Normalität allein nach meiner Überzeugung an die damit vernachlässigte Dimension des objektiv herrschenden, aber von Menschen begangenen Grauens im NS und in den Lager nicht heran. Damit zum zweiten Punkt, Normalität und Pathologie im Zeichen eines kollektiven Rats. Wenn wir zumindest annäherungsweise psychologisch und sozialpsychologisch aus einer subjektbezogenen Perspektive erklären, nicht verstehen, klären wollen, wie aus halbwegs durchschnittlichen Männern und Frauen, Massenmörder, Massenmörderinnen in Dienste einer angeblich einer höheren, einer guten, einer notwendigen Sache gemacht wurden, besteht die Hauptaufgabe darin, sich zunächst und vor allem mit jenen unbewussten psychischen Mechanismen auseinanderzusetzen, die zur Abwehr drohender Folgen von inneren und äußeren Konflikterfahrungen verwendet werden, die die Menschen für völkische Propaganda und destruktive Lösungen gesellschaftlicher und persönlicher Krisen anfällig machten. Hier geht es also um die für die sozialpsychologie klassische Frage nach der Verzahnung von totalitärer Herrschaft, Gesellschaftsstruktur und psychischen Dispositionen der in einer faschistischen Masse aufgehenden Einzelnen ohne die bereitwillige Preisgabe der mühsam erworbenen Fähigkeit zur Menschlichkeit oder Mitmenschlichkeit, wie Wittscherlich das mal formuliert hat in seinem Bericht über den NS-Ärzeprozess, also im Nachwort 1960, also nicht, wie können Sie ihr lebenslang mühsam erworbenes Gefühl von Mitmenschlichkeit und Empathie, wie können Sie das so Narkotisieren ohne das ist nicht erklärbar. Das heißt auch, ohne eine gruppen- bzw. massenpsychologische Perspektive und insbesondere ohne eine systematische Berücksichtigung des Antisemitismus als einer die allgemeine alltägliche Wahrnehmung und das gesellschaftliche Klima bestimmenden sozialen Pathologie wird das meines Erachtens nicht möglich sein. Gerade in dieser systematischen massenpsychologisch wirksamen Verbindung von psychischen Abwehrmustern und Angeboten von Weltanschauungen und scheinbar befreienden, heilenden Handlungsoptionen nach dem Muster eines Massenwahns schafft die fatalen Voraussetzungen für die aktive Beteiligung am Vernichtungszieg. Eine Analyse dieser Verzahnung sollte unter Subjektperspektive zunächst an einer auch klinisch genaueren Bestimmung des Verhältnisses von Normalität und Pathologie ansetzen. Für diese Bestimmung sind vor allem zwei Erkenntnisse der Psychoanalyse wichtig. Erstens weist Sigmund Freud am Beispiel der Träume und Fehlleistungen auf die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen normalen und pathologischen Mechanismen in der Arbeitsweise der psychischen Persönlichkeit hin. Im Mittelpunkt stehen hier die unbewussten psychischen Abwehrmechanismen, deren erste Erscheinungsform und ihre Quellen bereits in der frühesten Kindheit auftreten, worauf ich noch zurückkomme. An dieser Stelle fügt sich die zweite Erkenntnis Freuds über die Verbindung des pathologischen Zornormalität ein. Das Ich, so lapidar, muss ein normales Ich sein. Aber ein solches Normal-Ich ist wie die Normalität überhaupt eine Idealfiktion. Das abnorme für unsere Absichten unbrauchbare Ich ist leider keine. Jeder Normale ist eben nur durchschnittlich normal. Sein Ich nähert sich dem des Psychotikers in dem oder jenem Stück in größerem oder geringen Ausmaß. Freuds sieht daraus eine zentrale Schlussfolgerung, die inzwischen übrigens auch zum allgemeinen Standard selbst der gängigen psychiatrischen Diagnostik gehört. Die Grenze zwischen Normalität und Pathologie ist fließend. Aus beiden Thesen Freuds über das Verhältnis von Normalität und Pathologie folgt, dass pathologische Einsprengung, wie er das nennt an einigen Stellen bis hin zu psychotischen Reaktionsbereitschaften, zum latenten Kernbestand auch halbwegs normaler Persönlichkeiten, ihrer Wahrnehmungsorganisation und ihres Affekthaushalts gehören. Das heißt, nicht nur die Rationalität, die meistens ja noch mühsam erworben wird, sondern auch und gerade die Irrationalität ist bei Menschen voll normal. Die täterpsychologische Bedeutung dieser beiden Bestimmungen über das Verhältnis von Normalität lässt sich zumindest ansatzweise unterschreiben. Am Beispiel von Rudolf Höss, den am längsten tätigen und allein wegen seiner autobiografischen Notizen Kommandant in Auschwitz 1958 rausgekommen mit dem pathetisch-barocken Untertiefel Zitat, meine Psyche werden werden, leben und erleben, dem wichtigsten Lagerkommandanten von Auschwitz zeigen. Der Historiker Martin Broschert, also der das Vorwort geschrieben hat, das herausgegeben hat, beschreibt Höss als einem Menschen Zitat, der alles in allem recht durchschnittlich geahnt, keineswegs bösart, sondern im Gegenteil ordnungslieben, pflichtbewusst, was war das nicht schon tendenziell pathologisch, tierliebend und naturverbunden, ja auf seine Weise innerlich veranlagt und sogar ausgesprochen moralisch ist. Argo eben normal. Das aber muss offenbar kein Gegensatz sein, denn es stellt sich die Frage, war Höss wirklich nicht nur ein Mörder, sondern auch ein rührender Vater und Ehemann, was als Klischee immer wieder gerne bemüht wird, um seine und die viele andere Nazis vorgebliche Normalität zu belegen? An diesem Bild des braven Familienvaters hat Höss selbst ordentlich mitgestrickt und wir wissen noch nicht einmal, ob das zufällt. Abgesehen davon, dass dieses Bild auf ganz unzureichenden Informationen über die Persönlichkeit von Menschen wie Höss oder Eichmann gegründet ist und man die Zuschreibung des Prädikats rührender Vater wohl bei einem in Zweifel ziehen kann, der seine Kinder in der Kommandatur von Auschwitz im Schatten der Öfen von Söpfener aufwendet ist, ist dieses Bild weniger ein Abbild der in Frage stehenden Persönlichkeit als vielmehr eines unserer Schwierigkeiten zitat die Monströsität der Taten dieser Person, so Jan Philipp Rehms mag zu diesem Problem, ist von einer Art, dass wir sie nicht zusammenbringen können, dass sie selber nur das Format von Durchschnittsschurken haben. Dem Gerichtspsychologen Gilbert gegenüber bekannte Höss jedenfalls am Rande des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses Zitat, ich bin völlig normal. Selbst als ich die Ausrettungsaufgabe durchführte, führte ich ein ganz normales Familienleben und so weiter. Er hatte Angst, dass Gilbert ihn psychiatrisch diagnostiziert. Gilbert, der Höss untersucht hatte, stellte diese Selbstetikettierung des Prototyps eines kleinbürgerlich-normalen Menschen, wie Bosch hat das in dem Vorwort genannt hat, in Frage und vermied einfache Erklärungen nach dem bequemen Entweder-Oder-Muster, das uns in der NS-Täterforschung häufig begegnet, wenn nicht pathologisch oder servistisch, dann eben normal. Höss macht auf Gilbert, Zitat, den Gesamteindruck eines Mannes, der geistig normal ist, aber mit einer schizoiden Apathie, Gefühllosigkeit und einem mangelnden Einfühlungsvermögen, wie er kaum weniger extrem bei einem richtigen schizophrenen auf. Das Beispiel Höss zeigt, es sind weniger die frühen Kindheitserfahrungen, die ihn geprägt haben, sondern die politische und militärische Sozialisation in der SS, sowie die jahrelange Tätigkeit als KZ-Mitarbeiter und schließlich als Kommandant eines Vernichtungslagers. Dies blieb nicht spuren- und folgenlos für die psychische Abwehrstruktur und ihres Einsatzes zur Selbststabilisierung. Es geht also nicht um eine unzulässige Pathologisierung, sondern bedeutet, Pathologie und Normalität stellen weder in klinischer noch in sozialpsychologischer Hinsicht einen absoluten Gegensatz dar. Und wir müssen akzeptieren, dass selbst wahnhafte Reaktionsbereitschaften zum subjektiven Potenzial ganz normaler Persönlichkeitsverläufe gehören. Neben der Isolierung und der Spaltung gehören hier vor allem früh erworbene Projektions- und Introjektionsmechanismen zu diesen quasi-psychotischen Reaktionsbereitschaften, auf die in Zeiten innerer und äußerer Krisen regressiv zur Abwehr vermeintlich drohender Gefahren zurückgegriffen werden kann. Was ist damit gemeint? Und welche Bedeutung kommt diesen unbewussten psychischen Abnehmemechanismen für die Genese der Täterschaft zu? Der Eichhalsche Abwehrmechanismus der Projektion dient letztlich der Entlastung des Ichs von sozial erzeugten, unerträglich gewordenen innerpsychischen Spannungen und den mit ihnen verbundenen Unlusterfahrungen. Dabei handelt es sich um die nachträgliche Mobilisierung als eines allgemeinen und normalen frühkindlichen Modus mit sich und der Außenwelt. Dazu noch einmal zur Psychoanalyse. Mit dem Ziel, dem Lustprinzip, also dem Wunsch, Lust zu erreichen und Unlust zu vermeiden, uneingeschränkte Geltungen zu verschaffen, werden vom frühen noch unentfalteten Ich unangenehme und vor allem angstauslösende innere Reizen und Empfindungen nach außen auf dafür geeignete Objekte projiziert. Also das ist natürlich kein realer Vorgang, dass man nach außen etwas projiziert, sondern es ist alles ein innerpsychischer Prozess. Auf innere Vorstellungen vom äußeren Objekt wird das projiziert. Gleichzeitig als angenehm empfunden, äußere Lustquellen und Reize aber über einen Introjektionsvorgang verinnerlich und nun so behandelt, als käme alles Gute von innen. Dieser Vorgang hat erhebliche Konsequenzen für den Affekthaushalt und die Wahrnehmungsorganisation des noch unentwickelten Ichs. In den Worten Freuds, die Außenwelt zerfällt ihm in einen Lustanteil, den es sich einverleibt hat und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hätte es einen Bestandteil ausgesondert, den es in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Ähnlich wie Freud führt auch die englische Kinderanalytikerin Melanie Klein diesen paranoid getöneten Introjektions- und Projektionsvorgang als Urform und Vorbild, wie sie es nennt, einer aggressiven Objektbeziehung auf eine ursprünglich normale Abwehrreaktion gegen angstauslösende innere und äußere Bedrohung in den frühesten Entwicklungsstadien der Subjektivität des Kindes, der sogenannten, so nennt es sie es, paranoid-schizoiden Position zurück, bei der alles Gute durch Introjektion von innen zu kommen scheint und alles Böse Empfundene durch Projektion nach außen abgestoßen. Natürlich verfügt ein Säugling und ein Kleinkind nicht wödig. Der narzisstische Gewinn liegt in der irrigen Annahme, man selber sagt, gut und das, was andere, was anders ist, eher schlecht, minderwertig oder sogar böse. Im Verlauf der Sozialisation wird dieser früh erworbene, für den angestrebten seelischen Ausgleich zunächst äußerst nützliche Mechanismus im Umgang mit inneren und äußeren Wahrnehmungen und den dahinterstehenden archaischen Ängsten in der Regel einigermaßen sozialverträglich abgemildert, wird aber nie vollständig überwunden. In Zeiten existenzieller Krisen können grundsätzlich alle, also auch die normalen, vermeintlich Gesunden, auf diese primitive Sicht von sich und der Welt zurückfallen, in der unbewusste Glaube vorherrscht, durch Isolierung, Abspaltung, Veräußerlichung, Verfolgung und gegebenenfalls durch die Zerstörung des angstauslösenden Bedrohlichen in Sicherheit zu sein oder zu bleiben. In der Möglichkeit derartiger regressiver Rückgriffe liegt psychologisch gesehen das gefährlichste, weil eben im Normalen liegende psychische Potenzial, das den wichtigsten subjektiven Anknüpfungspunkt einer rassistischen Politisierung ausmacht, zu deren Prototypen zweifellos der antisemitische Massenwahn der Nationalsozialisten gehört. Das soll abschließend an der Rolle des Antisemitismus als Prototyp einer sozialen Geisteskrankheit noch einmal kurz festgemacht werden. Für eine sozialpsychologische Analyse des Antisemitismus und seiner Bedeutung im Kontext sozialer und psychischer für die Konstitution der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft grundlegender Integrations- und Ausgrenzungsprozess, also Inklusion und Explosion, ist die Mobilisierung des genannten Projektionsmechanismus durch demagogische Politik und Propaganda von großer Bedeutung. Durch ihn werden wiedererkennbare Feindbilder konstruiert, die soziale Wahrnehmung massenpsychologisch geformt und der Hass in die ideologisch vorgestanzten Richtungen gebahnt. Dieser gesteuerte kollektive Hass gilt ausgesuchten Opfern und schließlich gibt sie der Vernichtung preis. Was ist damit gemeint und wie funktioniert das im kollektiven Maß? Der wahrnehmungspsychologische Schlüsselsatz in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno zum Antisemitismus lautet, der Zitat als Feind erwählte wird schon als Feind wahrgenommen. Damit wird der Weg angedeutet, auf dem durch den Projektionsmechanismus das innerlich Vertrauteste als äußerster Feind geprägt werden kann. Das ursprünglich ersehnte, dann verpönte eigene kann und muss erst zum Verhassten gemacht werden, ehe der Abspaltungs- und Projektionsmechanismus auf dem beschriebenen Weg wirksam praktisch greift und dieses Potenzial massenpsychologisch in die Totalität einer vernichtungsbereiten Volksgemeinschaft überführt werden kann. Am Ende dieses komplexen, projektiven Wahrnehmungsvorgangs steht für Adorno und Horkheimer schließlich der Sprung von der Stigmatisierung zur Ausdruckung. Ist es einmal so weit, denn erscheint das bloße Wort Jude als die blutige Grimasse, das einer Jude heißt, wirkt als die Aufforderung, ihn zuzurichten, bis er dem Wilde gleicht. Der konstruierte äußere Verfolger wird durch diese projektive Verschiebung zum Träger der eigenen zerstörerischen Hassregung, aber auch anderer verpönter, abgespeichener Selbstanteile, denen sich das Subjekt entfremdet hat und die es nun im Außen in der Gestalt des zum Feind deklarierten Fremden mit Schrecken wir finden. An den Juden und nach gleichem Muster den anderen fremdvölkischen, aber auch den Gemeinschaftsfremden können nun jene Verbrechen begangen werden, die der paranoide Wahn ihnen selbst angedichtet haben. Noch einmal Adorno und Horkheimer. Regungen, die vom Subjekt als dessen eigenen nicht durchgelassen werden und im doch eigenen Sinn werden dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven Objekt. Konkreter, ein solcher Projektionsvorgang steht zum Beispiel hinter der Überzeugung der Nationalsozialisten, die Juden, würden allem Nicht-Jüdischen mit absoluter Feindschaft gegenüberstehen und vor allem die Aria ausdrücken. Der Antisemitismus muss daher den Juden verfolgen, so die schlichte Poenkierung Ernst Simmels, Zitat, weil er selbst sich einbildet, vom Juden verfolgt zu werden. Erst durch diesen Projektionsvorgang kann der Fremde zum Feind und der Feind zur Inkarnation des absolut Bösen erhoben werden. Als wichtigste Folge dieses Vorgangs entstehen, so der Psychoanalytiker Otto Kernberg, Zitat, gefährliche, Vergeltung süchtiger Objekte, gegen die der Projizierende wiederum sich zur Wehr setzen muss. Er muss das Objekt beherrschen und er selber angreifen, bevor er, wie er fürchtet, vom Objekt überwältigt und zerstört wird. Die Verfolgung und Vernichtung des gefährlichen Weih übermächtigen und vergeltungssüchtigen Feindes, der nicht nur das eigene Selbst, sondern auch die Gemeinschaft der Gleichgesinnten bedroht, erscheint dann als putative, also als vermeintliche Notwehr. Das ist bis in den Diskurs der neuen Rechten durchgängiges Merkmal. Hier stoßen wir auf einen engen Zusammenhang von Antisemitismus und nationalsozialistischer Volksgemeinschaft, der die Motivstruktur der Täter unter der Ausnutzung und kollektiven Mobilisierung der hier bisher weitgehend beim Individuum festgemachten Abwehrmechanismen maßgeblich beeinflusst hat. Die entscheidende Triebfeder der Versuchten, das ist ja nicht wirklich gelungen, Transformation der deutschen Gesellschaft in eine harmonische Volksgemeinschaft ist die Konstruktion des absoluten jüdischen Feindes und dessen reinigender Ausmerzung das eigene Seelenheil als kollektiv abhängen sollte. Die normative Kraft des antisemitischen Wahns und die ihm inhärente, aranwitgetönte Abwehrkampfbereitschaft war für die allgemeine Wahrnehmungsorganisation derart prägen, dass dabei nicht einmal alle Volksgenossen und Volksgenossinnen überzeugte und fanatische Antisemiten zu sein brauchen. Das Inklusionsversprechen der Nationalsozialisten, das heißt, das erhabene Gefühl, wie mütterlich ist, Alexander Margarete mal nannten, in der Unfähigkeit zu träumen, glaube ich, das erhabene Gefühl nicht nur dazu, sondern auch noch zu einer überlegenen Herrenrasse zuzubehören. War somit eine Verankerung des Antisemitismus und der mit ihm verknüpften wahnähnlichen sozialen Wahrnehmungsmuster in den Alltag gebunden. Das lässt den Schluss zu, der erste grundlegende Schritt zur wehrhaften Volksgemeinschaft lag in dem Versuch einer kollektiven Angleichung der Wahrnehmungsorganisationen nach dem Muster einer manichäistischen, also fast religiös-dualistischen Aufteilung der Welt in Gut und Böse, im Freund, im Feind. Zur Idee und zur Konstitution der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gehörte in der Konsequenz die Ausmerzung von einer erst konstruierten, dann als solche wahrgenommenen Differenz, die nicht an sozialen Gegensätzen und Ungleichheiten, sondern am Bild der Juden als Repräsentanten des anderen schlechthin festgemacht wurden. Aus diesem Grund ist die politische Wahrnehmungssteuerung so ungemein wichtig gewesen. Und das heißt, der Krieg gegen das menschliche Leben beginnt mit der Bemächtigung und der Veränderung der Wahrnehmung. Das sehen wir übrigens heute auch im Siegeszug in bestimmten Bereichen von Corona-Leugnern und Rechtspopulisten. Also ich sage nur Stichwort Alternative Facts und wie heißt diese komische zweite Wahrnehmung? Ich habe es vergessen. Diese Pervertierung der Wahrnehmungsmuster im Zeichen eines kollektiven Paranidenwahns gehört somit zu den Grundlagen der kampfbereiten NS-Volksgemeinschaft, deren Nachhall heute in der sehnsuchtsvollen Beschwörung Wir sind das Volk in Dresden und anderswo, sowie in der Rehabilitierung des Völkischen im Rechtsextremismus, vor allem aber auch in der AfD-Aufstellung. Das bedeutet nicht, dass der daran partizipierende Einzelne aus psychopathologischer Sicht gestört sein muss. Im Gegenteil. Der Anschluss an die Volksgemeinschaft ermöglicht die Beteiligung und die Mitgliederschaft von Massenverbrechen in Zeichen dieses kollektiven Wahnsinns ging, ohne dass die Normalität der Akteure im Sinne einer psychiatrisch unauffälligen Durchschnittlichkeit wesentliche Einbußen erfahren muss. Der Wahn, so Isidor Camina 1997 in einem Aufsatz Normalität und Nationalsozialismus, der Wahn war Teil der Normalität geworden. Man könnte durchaus die Behauptung aufstellen, dass der Wahnsinn der Gesunden sich an den Geisteskranken und Juden ausdruckte. Die wenig beruhigende Schlussfolgerung daraus lautet, das Absinken in die Barbarei ist faktisch weder ein kollektiver Rückfall in vorzivilisierte Zeiten noch eine pathologische Regression des Individuums bei einer vorsoziale primitive Stufe seiner Persönlichkeitsentwicklung, sondern vielmehr die Mobilisierung eines zum humanen spezifisch und gesellschaftlich normalen zählenden Potenzials. Die Normalpathologie des Einzelnen verträgt sich gut mit einer demagogisch gesteuersten Entmenschlichung und einer möglichen Beteiligung anmassen. Die mit den antisemitischen Stereotypen von niederen Tieren oder auszurottenen Krankheitserregern bereits vorgenommene Dehumanisierung des jüdischen Feindobjekts wird mit diesem steuernden Eingriff in die konfektionierte Wahrnehmungsorganisation gleichsam vollendet. Für Adorno ist der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geachtet, dass sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sehen. Eine derartige Dehumanisierung aber, so Adorno weiter, Zitat, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Denn die Entrüstung über begangene Grausamkeiten wird umso geringer, je unähnlicher die Betroffenen den normalen Lesern sind beziehungsweise in der Wahrnehmung scheinen und günstig gemacht werden. Die gesellschaftliche und politisch erzeugte Pervertierung der Wahrnehmung nach dem Muster einer paranoiden nach der Kampfhaltung ist der erste Schritt zu einer kollektiv in die Tat umsetzbaren Unmenschlichkeit. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, also ich komme jetzt zum Schluss. Die objektiven gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse lassen sich selbstverständlich nicht aus dem Seelenleben der Individuen erklären. So lässt sich auch der Antisemitismus natürlich nicht aus den Deformationen des Einzelnen ableiten. Allerdings können wir aus einem vorsichtigen Vergleich der Mechanismen von paranoider Psychose und Massenwahn viel über das Funktionieren scheinbar vollkommen normaler Exekutoren einer staatsdoktrinären Vernichtungspolitik und damit über die Antriebskräfte der NS-Täter als Teil der Logik des Genozids in den europäischen Juden lernen. Schlagen wir zum Schluss noch einmal einen Bogen zum Anfang des Vortrags und gehen in der dort verkürzt in drei Phasen eingeteilten Zeitleiste des Umgangs mit der NS-Täterschaft noch einen Schritt zurück. Auf einer aufwendigen Konferenz an der Columbia University im Jahr 1944 ging es unter der Überschrift Germany After the War darum, wie es zum Holocaust und den Naziverbrechen kommen konnte und vor allem wie Deutschland nach der Niederlage zu therapieren sein. Für die beteiligten Anthropologen, Psychologen, Sozialwissenschaftler, darunter Margaret Mead, Kurt Levine, Talcott Parsons, Eric Eriksson, Heinz Hartmann und Erich Fromm, stand fest, dass der Charakter jedes einzelnen Deutschen durch, so das Zitat, eine schwere geistige Krankheit deformiert sei. Sie konstatierten eine Art Paranoia, ein kollektiv neurotisches, also das ist natürlich nicht dasselbe jetzt ein Paranoia, ein neurotisches Abweichen von normalen Verhaltensmustern, wobei der Neurologe Richard M. Bricker im Unterschied zu dieser pauschalen Pathologisierung die Betonung auf eine spezifische Kultur legte, in der, Zitat, verschiedene Handlungen, die andernorts bei paranoiden Menschen zu finden sind, institutionalisiert wurden. Interessanter ausgibt. Das wirft die spannende Frage auf, mit der sich bereits der Psychoanalytiker Ernst Simmel auseinandergesetzt hat und der ich hier ein Stück weit unter einer eher subjekt theoretischen Perspektive nachzugeben versucht habe. Können Gesellschaften ihre maßgeblichen Institutionen und ihre vorherrschenden Ideologien in einer Weise pathologisch werden, dass die ihnen unterworfenen Menschen ohne Zwang die schlimmsten Menschheitsverbrechungen begehen können? Und das zwar deformiert, aber weitgehend ohne dabei selbst im psychiatrisch-klinischen Sinn auffällig zu werden? Dieser Frage wurde an der Columbia-Universität 1944 leider nicht weiter nachgegangen. Die Konferenz hätte gegen die pauschale Annahme eines pathologischen deutschen Nationalcharakters mit Sicherheit einen anderen Verlauf genommen, wenn die Berkeley-Forschungsgruppe zur automatisieren Persönlichkeit, an der das emigrierte Institut für Sozialforschung unter der Leitung von Adorno verantwortlich beteiligt war, eingeladen worden ist. Vielen Dank für Ihre und für Eure Aufmerksamkeit. Eure Aufmerksamkeit.